Musik Bis 1942 war der Krieg für die Alliierten eine einzige Katastrophe. Es kam in Europa und in Asien zu zahllosen Niederlagen, Evakuierungen und Schiffsversenkungen. Das Deprimierendste für die Alliierten Führungskräfte war, dass sie genau wussten, dass es noch schlimmer kommen würde. Musik Deutschland hatte bereits zwei Chancen, den Sieg zu erringen, verschenkt. Das erste Mal, als es nicht gelang, den Luftraum über England zu erobern, was für eine Invasion Voraussetzung war. Das zweite Mal, als Hitler vor Moskau versäumte, seinen Vorteil auszunutzen. Musik In einem Krieg wechseln sich lange Phasen der Langeweile mit lebensbedrohlichen Situationen ab. Auf See waren die beiden extremen Belastungen am schlimmsten. Die U-Boote fuhren entweder nachts auf der Wasseroberfläche des Meeres oder sie warteten tagelang in eisigen Tiefen darauf, dass feindliche Schiffe gemeldet wurden. Stundenlang suchten die Patrouillenflugzeuge die endlose, graue Meeresoberfläche ab. Die Speer starrten die meiste Zeit ins Nichts. Nur selten konnten sie die feine Gischt ausmachen, die ein Periskop verursacht. Musik Wenn es zu einer Schlacht kam, war sie unerbittlich. Musik Die Flugzeuge versuchten, die Feinde mit Wasserbomben zu treffen. Die U-Boote konnten nur abtauchen oder sich mit einem Sperrfeuer zur Wehr setzen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Matrosen waren in ständiger Angst, in ihren engen Sardinenbüchsen zu ertrinken. Den Fliegern drohte der Sturz in die eiskalte, den todbringende See. Waren die Schreckensmomente glücklich überstanden, begannen wieder die Stunden der lästigen Langeweile. Die U-Boote versenkten im Zweiten Weltkrieg 2840 Handelsschiffe. Sie zerstörten über ein Drittel der britischen Handelsflotte. Mehr als 30.000 Matrosen ertranken. Auch für die Deutschen war der Krieg kostspielig. Von den 1.126 U-Booten wurden 784 versenkt. 27.000 der 40.000 Mann Besatzung kamen um. Admiral Karl Dönitz hatte die deutsche Marine gegen sich aufgebracht, da er vor dem Krieg gegen den Bau großer Schiffe wie der Bismarck und der Tirpitz war. Sein Argument lautete, dass Deutschland keine Seemacht aufbauen könnte, die gegen die britische bestehen kann. Dönitz war der Meinung, das Rezept für einen Sieg zu kennen. Eine Flotte von 300 seetüchtigen U-Booten. Dönitz versprach, mit 300 U-Booten England so weit zu isolieren, dass es zur Kapitulation gezwungen war. Führer und obersten Befehlshaber der Wehrmacht, teile ich dich auf den Namen Tirpitz. Die gesamte deutsche Admiralität war gegen Dönitz. Sie hielten die U-Boote für veraltet, da sämtliche Schiffe mit der neu entwickelten ASDIC-Technik ausgestattet waren. Dahinter verbarg sich ein Instrument, das mithilfe von Schallwellen U-Boote orten konnte, die abgetaucht waren. Das Gerät bestand aus einem Sender und einem Empfänger. Der ausgesandte Ton wurde von den U-Booten reflektiert. Dadurch konnten Position und Entfernung des feindlichen Gefährts berechnet werden. War man nah genug herangekommen, zerstörte man es mit Wasserbomben. Spannende Musik Spannende Musik Präzzen Spannende Musik Dönitz wollte den Marine-Experten beweisen, dass sie sich irrten und dass die U-Boote ausreichten, um den Krieg zu gewinnen. Er entwickelte ein neues Kontrollsystem und neue Taktiken. Der Großadmiral war der Nutznießer des größten Spionage-Coups der Deutschen. In der entscheidenden Phase des Kampfes um den Atlantik gelang es seinem Nachrichtendienst, die englischen Marine-Codes zu entschlüsseln. Dadurch konnte er die Route der Schiffe vom Beladen im heimischen Hafen bis zum Entladen in fremden Häfen verfolgen. Dönitz legte Wert darauf, in engem Kontakt mit allen Männern seiner U-Boot-Besatzung zu stehen. Deshalb war er bei jeder Ankunft und jeder Abfahrt anwesend. Sämtliche Auszeichnungen verliere er höchstpersönlich. Man konnte nicht leugnen, dass er Charisma besaß. Er hatte ein ausgeklügeltes Funknetz aufgebaut und benutzte Enigma-Codemaschinen. Wurde ihm die Position einer Flotte gemeldet, befahl er einem oder zwei U-Booten, die Schiffe zu verfolgen und mit ihm in Kontakt zu bleiben. Dann kommandierte er weitere U-Boote an die Angriffsstelle. Es konnten bis zu einem Dutzend sein, die die Flotte attackierten. Die Taktik, die U-Boote zu nächtlichen Angriffen an die Oberfläche zu schicken, war eine Revolution in der bisherigen Kriegsführung. Denn dadurch wurde das ASDIC-System unwirksam. Dönitz standen 59 U-Boote zur Verfügung, von denen wiederum 36 hochseetauglich waren. Obwohl ihm nur etwa ein Fünftel der U-Boote, die er angefordert hatte, genehmigt worden waren, hätte er fast den Sieg herbeigeführt. Als der Krieg seinen Höhepunkt erreichte, wurde seine Flotte um 40 U-Boote aufgestockt. Selbst mit dieser geringen Anzahl erreichte er fast sein Ziel, nämlich pro Monat 800.000 Tonnen Schiffsladung zu versenken. Das war mehr, als die Alliierten produzieren konnten. Wäre Dönitz mit 300 U-Booten in den Krieg eingetreten, hätte er zweifellos den Kampf um den Atlantik gewonnen. Damit wäre Hitler der sichere Sieger im Zweiten Weltkrieg gewesen. Die Briten traten mit zu wenig Zerstörern und einem unzulänglichen Flottensystem in den Krieg ein. Keine Seite verfügte über ein Langstreckenflugzeug, das aber zur Erkundung und Bombardierung des Feindes notwendig war. Keine Seite erkannte die Bedeutung des Radars. Die Flugzeuge wurden im Kampf um den Atlantik kaum als Waffe eingesetzt, sondern nur um U-Boot-Angriffe aufzuspüren. Das einzige Langstreckenflugzeug der Deutschen war die Focke-Wulf 200 Condor. Sie war ursprünglich ein 26-sitziges Passagierflugzeug, das von der Luftwaffe zu Kriegszwecken umfunktioniert wurde. Der Prototyp gelangte im Juni 1938 durch einen Non-Stop-Flug von Berlin nach New York in die Schlagzeilen. Obwohl die Konstruktion der Condor für einen Militäreinsatz viel zu leicht war, wurde sie von der Luftwaffe dazu verwendet. Die Besatzung musste lange Patrouillenflüge auf sich nehmen, die sehr gefährlich waren. Denn die Ausstattung der Condor ließ, was Waffen anging, sehr zu wünschen übrig. Vier Maschinengewehre, eine Kanone und Bomben am Rumpf und den Tragflächen, das war alles. Die Kämpfe setzten den Condors schwer zu. Manchmal brachen sie beim Landen auseinander. Das gesamte Treibstoffsystem war an der Unterseite angebracht. Deshalb war das Flugzeug für Geschützfeuer extrem anfällig. Obwohl nie mehr als zehn Condors gleichzeitig zur Verfügung standen, waren sie für die U-Boote eine wertvolle Hilfe. Von August 1940 bis April 1941 versenkten sie 85 Schiffe. Außerdem lieferten sie der U-Boot-Flotte genaue Informationen über feindliche Schiffskonvois. Winston Churchill bezeichnete diesen Flugzeugtyp als Geißel des Atlantiks. Hätten die Deutschen alle nötigen Mittel zur Verfügung gestellt, hätte die Luftwaffe gesiegt und England hätte vielleicht kapitulieren müssen. In der frühen Phase des Krieges beschloss Deutschland, seine Bomber über englischen Städten einzusetzen. Dabei hätte man an der Ostküste größere Erfolge erzielen können. Hätten sich nur 50 Prozent der Anstrengungen, die für den Kampf um England unternommen würden, auf den Kampf um den Atlantik konzentriert, so hätte Deutschland England erobert. Und zwar noch bevor es in Russland einmarschiert ist. Das Wachstum der Luftwaffe und der U-Boot-Streitmacht ging in Deutschland genauso langsam voran wie in England. Wenigstens statteten die Briten ihre Transportschiffe mit immer effektiveren Schutzmechanismen aus. 1940 fehlten in England Flugzeuge, die ohne Zwischenlandung lange in der Luft bleiben konnten, um die unendliche Weite des Ozeans zu inspizieren. Man musste sich jahrelang auf die viermotorigen Sunderland-Flugboote verlassen. Die Deutschen nannten sie aufgrund ihrer schweren Waffenausrüstung fliegende Stachelschweine. Spätere Modelle waren mit bis zu 18 Maschinengewehren ausgestattet. Die maximale Einsatzzeit betrug 13,5 Stunden. Die Flugboote konnten also etwa 1000 Kilometer weit aufs Meer hinausfliegen, zwei Stunden patrouillieren und mussten dann wieder zurückkehren. Doch es gab viel zu wenige Sunderlands. Außerdem war ein Radius von 1000 Kilometern nicht ausreichend. Man hätte einen Bomber mit einer größeren Reichweite benötigt. Die britische Küstenkontrolle wurde 1936 formiert. Bis 1942 erhielt sie nur eine geringe Zuteilung an Ausrüstung, Flugzeugen und Personal. Die Kampfverbände hatten oberste Priorität. Die Bomber kamen erst an zweiter Stelle. Dies war ein Fehler, so wie es auch ein Fehler der Deutschen war, die Städte zu bombardieren, statt sich auf die Transportschiffe zu konzentrieren. Von der Küstenkontrolle eingesetzte Flugzeuge hätten sich mit Sicherheit auf den Kriegsverlauf ausgewirkt. Doch die britische Luftwaffe trug bis 1942 so gut wie nichts zur Kriegsführung bei. Die Angriffe auf die beiden deutschen Schlachtschiffe Gneisenau und Scharnhorst machten das deutlich. Während die Schiffe im französischen Hafen von Brest lagen, warfen englische Flieger in 60 Tagen eine Bombenlast von fast 800 Tonnen auf sie ab. Dabei erzielten sie nur vier Treffer. Die Gneisenau wurde acht Monate später von einem Torpedo des Küstenkommandos Bristol-Boford getroffen und damit aus dem Gefecht gezogen. Die britische Marine hat bewiesen, dass selbst ein Relikt aus der Vergangenheit wie die Ferry Swordfish den Krieg zur See beeinflussen konnte. Obwohl die Swordfish ein langsamer und schwerfälliger Doppeldecker war, erzielte sie zahlreiche Torpedotreffer. 1940 führte ein Swordfish-Torpedoangriff der italienischen Marine im Hafen von Taranto schweren Schaden zu. Ein von einer Swordfish abgefeuerter Torpedo zerstörte die Steuerung des deutschen Schlachtschiffes Bismarck, sodass es der britischen Marine gelang, es zu versenken. Trotz dieser Erfolge wurde der mögliche Kriegsnutzen der Küstenkontrolle nur langsam erkannt. Ihr Zuständigkeitsbereich erstreckte sich von Murmansk im Nordosten bis nach Kapstadt im Südosten. Von Rio de Janeiro im Südwesten bis nach New Brunswick im Nordwesten. Der Krieger-Foor-See weitete sich bis ins Mittelmeer und den Indischen Ozean aus. Wo es Rohstoffe gab, gab es auch Häfen. Wo es Häfen gab, gab es meistens U-Boote. Zu Beginn des Krieges war die Küstenkontrolle extrem schlecht ausgestattet. Sie verfügte nur über drei Sunderland-Staffeln. Ihre Hauptstreitkraft bestand aus zehn Avro-Ensen-Staffeln. Diese waren nur bei gutem Wetter zu gebrauchen und dann auch nur für Erkundungsflüge entlang der Küste. Die zweimotorige Lockheed Hudson aus Amerika war endlich ein Flugzeug, das voll einsetzbar war. Doch die verdiente Anerkennung durch die Öffentlichkeit wurde ihr nie zuteil. Das Flugzeug bestand ganz aus Metall. Es war eine Weiterentwicklung des Typs, mit dem Amelia Earhart abstürzte, als sie die Welt umfliegen wollte. Im Laufe des Krieges wurden 2941 Hatzons hergestellt. Die beiden Nachfolger der Hudson hießen Ventura und Tapoon. Unerfahrene Piloten setzten sich nur ungern an den Steuerknüppel einer Hudson, denn sie war extrem schwierig zu fliegen, besonders wenn der Start auf kurzen Pisten erfolgen musste. Dank einem Aktionsradius von etwa 3000 Kilometern konnte die Hudson bis zu zwei Stunden 800 Kilometer von ihrer Landebasis aus eingesetzt werden. Sie war der Avro-Ensen weit überlegen, aber trotzdem noch nicht die Lösung, was die Bedrohung durch die U-Boote betraf. Es war eine Hudson, der der erste Volltreffer in der Luft gelang. Sie schoss am 8. Oktober 1939 ein Dorniedau 18 Flugboot ab. Die Küstenkontrolle hatte sich inzwischen Catalina Flugboote angeschafft, die sich als sehr erfolgreich erwiesen. Denn ihre Reichweite war etwa 300 Kilometer größer als die der Sunderlands. Die vielen Fensterflächen erleichterten das Absuchen der Meeresoberfläche erheblich. Doch trotz der Catalinas gab es noch beträchtliche Überwachungslücken, besonders im Süden Grönlands. Und genau dort sammelten sich die deutschen U-Boote. Die Verluste unter den Transportschiffen waren weiterhin hoch. Dies änderte sich erst, als die Luftwaffe der Alliierten technisch aufholte. Die Aufklärungseinheiten der Küstenkontrolle bemühten sich, möglichst viel Informationsmaterial über die U-Boote zu sammeln. Obwohl die deutschen Wissenschaftler, die für das Militär arbeiteten, weltweit zu den Besten zählten, zogen die Briten mit ihren Entwicklungen bald gleich. Die U-Booteinsätze verliefen im Zweiten Weltkrieg äußerst erfolgreich. 1941 versenkten die Deutschen 445 Schiffe, was einem Volumen von über zwei Millionen Tonnen entsprach. Dabei verloren sie nur 38 U-Boote. 1942 versenkten sie 1094 Schiffe, fast sechs Millionen Tonnen. In dem Jahr kehrten 82 U-Boote nicht mehr in ihren Hafen zurück. Admiral Dönitz hatte sein Ziel erreicht, die Schiffe der Alliierten schneller zu versenken, als sie sie bauen konnten. Den Deutschen war klar, dass sich England ergeben musste, wenn sich das Blatt nicht gegen sie wenden würde. Dönitz gelang es in den Jahren 1940 bis 1942, die Lieferungen an England von 61 Millionen auf 33 Millionen Tonnen zu verringern. Wäre die Zerstörung der Transportschiffe weiterhin so erfolgreich verlaufen, hätte der Krieg vielleicht einen anderen Ausgang genommen. Bis zum März 1943 konnte nichts die U-Boote aufhalten. Dönitz war fest davon überzeugt, dass seine U-Boot-Flotte eine unanfechtbare Macht darstellte, mit der er den Sieg davon tragen würde. Die Lage der Deutschen in Russland und in Afrika stand dazu in krassem Gegensatz. Und das gewaltige Kriegspotenzial der USA begann sich gerade erst abzuzeichnen. Deutschland gewann ausschließlich die Seeschlachten. Es wurde immer deutlicher, dass es nur auf See die Oberhand behalten konnte. Doch im selben Maße wie die Euphorie von Admiral Dönitz mit jedem versenkten Schiff wuchs, begann sich die vier Jahre Forschungsarbeit der Alliierten auszuzahlen. Im Mittelpunkt des Interesses stand die deutsche U-Boot-Flotte. Sie unschädlich zu machen, war das Gebot der Stunde. Auf der Konferenz von Casablanca 1943 machte Churchill unmissverständlich klar, dass die Alliierten nur eine bedingungslose Kapitulation Deutschlands akzeptieren würden. Churchill und Roosevelt waren sich einig, dass die Vernichtung der U-Boote oberste Priorität haben musste. Technisch weiterentwickelte Schiffe sollten zu einem Sieg im Atlantik verhelfen. Dazu gehörten die Catapult Aircraft Transportschiffe, kurz CAM genannt. Sie führten eine Sea Hurricane mit sich. Diese Flugzeuge waren mit einer Art Startrakete ausgestattet, sodass sie wie ein Space Shuttle abgeschossen werden konnten, um angreifende Focke-Wulf-Kondors in die Flucht zu schlagen. 1942 waren bereits sechs Kondors den Sea Hurricanes zum Opfer gefallen. Nach erfolgtem Angriff musste der Hurricane-Pilot in den eisigen Ozean abspringen und hoffen, rechtzeitig herausgefischt zu werden. Die Männer ließen sich also in gewisser Weise auf ein Himmelfahrtskommando ein. 1941 waren sogenannte Mack-Schiffe entwickelt worden. Sie hatten keine Bauten an Deck und konnten deshalb als Start- und Landebahn benutzt werden. Der größte Feind der U-Boote war der B-24-Bomber. Dieses Flugzeug war zur Unterstützung der Boeing B-17 konstruiert worden. Dank des nun großen Aktionsradius gab es keine Überwachungslücken mehr. Die B-24 war ein bemerkenswertes Flugzeug. Obwohl man erst 1939 mit der Entwicklung begonnen hatte, wurde der Flieger bereits 1941 eingesetzt. Es wurden 18.432 Stück hergestellt. Kein anderes amerikanisches Kriegsflugzeug wurde so oft gebaut. Es konnte bis zu 24 Wasserbomben mit sich führen. Außerdem hatte es wesentlich mehr Munition an Bord als eine Hudson oder eine Sunderland. Anfang 1943 gelang es, dank dem Zusammenschluss der britischen Küstenkontrolle und der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten und Kanadas, den Nordatlantik lückenlos zu überwachen. Es war nicht leicht gewesen. Der Oberbefehlshaber der US-Navy, Admiral Ernest J. King, kooperierte nur Ungarn. Er verfolgte seine eigene Politik und wünschte eine unabhängige Bombereinheit, um eine Entscheidung im Pazifik herbeizuführen. Die Produktionsstätten bemühten sich, ausreichend Kriegsmaterial herzustellen und damit die Rivalität zwischen den Alliierten auszuräumen. Schon bald gab es genug Flugzeuge für alle. Doch die Fliegerstaffeln waren nur eine Teillösung. Den Feind unter der Wasseroberfläche zu halten, reichte nicht aus. Die U-Boote mussten aufgespürt und zerstört werden. Dazu war eine fortschrittliche Technik nötig. Radargeräte spielten bei der Jagd auf U-Boote eine entscheidende Rolle. Die Briten hatten bereits vor dem Krieg ein Verteidigungssystem, das sogenannte Chain Home, entwickelt, das zum Sieg im Kampf um England erheblich beitrug. Jetzt sah man sich gezwungen, ein Abfangradargerät für Flieger und Bodenfahrzeuge zu produzieren. Sämtliche Geräte funktionierten nach demselben Grundprinzip. Das ASV Mark I hatte eine Wellenlänge von 1,5 Metern. Es hatte ein großes Potenzial, war aber im Krieg kaum zu gebrauchen. Die Briten setzten alles auf eine Karte und entwickelten Mark II. Sie stellten 4000 Geräte her, obwohl sie nicht wussten, ob dieser Typ effektiver sein würde als der Vorgänger. Die deutschen Radardetektoren hatten das ASV Mark I orten können. Aber gegen Mark II waren sie machtlos. Sie konnten die kurzwelligen Impulse nicht auffangen. Die Wissenschaftler der Nazis hielten die Entwicklung von Kurzwellenradargeräten für unmöglich. Deshalb glaubten sie, dass die Briten die deutschen U-Boote orten konnten, indem sie die Frequenzen erfassten, die von den U-Booten selbst ausgesandt wurden. Also konzentrierten sie sich darauf, Warngeräte zu entwickeln und die Frequenzemission der U-Boote zu reduzieren. 1943 wurde ein britischer Bomber über Rotterdam abgeschossen. Dadurch wurde das Radargeheimnis entdeckt. Das Flugzeug war nämlich mit einem H2S-Radargerät ausgestattet gewesen, das eine Wellenlänge von nur 10 Zentimetern hatte. Diese Entdeckung war für die Deutschen niederschmetternd. Sie konnten nicht fassen, dass ihnen die Briten in der technischen Entwicklung so weit voraus waren. Ihnen selbst war es nur mit Schwierigkeiten möglich, das Gerät nachzubauen. Dank des ESV Mark II war ein verbesserter Anflug auf feindliche Objekte möglich. Ein Suchlicht, das am Rumpf der Wellington-Bomber installiert war, brachte weitere Zielgenauigkeit. Im Januar 1941 fand der erste Test statt. Die Wellington spürte mit Hilfe des ESV Mark II-Radars ein U-Boot an der Wasseroberfläche auf. Erst im letzten Moment schaltete der Pilot das Suchlicht ein. Dadurch wurde das U-Boot beleuchtet und ein direkter Treffer ermöglicht. Die U-Boote brauchten nur 25 Sekunden zum Abtauchen. Das hatte viele vor der Zerstörung bewahrt. Unter Wasser konnten sie dann die Richtung ändern, ohne dass es der Feind von der Luft aus registrieren konnte. Durch das Suchlicht verloren die U-Boote die wertvollen 25 Sekunden. Dönitz sah nur eine Möglichkeit. Die U-Boote mussten mit zusätzlichen Geschützen ausgerüstet werden, um den Kampf mit den Angreifern aufnehmen zu können. Die existierenden U-Boote wurden dementsprechend umgerüstet und die Neukonstruktionen ergänzt. Maschinengewehre und schwere Geschütze waren jetzt Standardausrüstung. Doch ein schlingerndes U-Boot war ein schlechter Standort für Geschütze und ein leichtes Ziel für die Bomber. Deshalb stellten sie keine ernsthafte Bedrohung für die Flugzeuge dar. Griffen zwei oder mehr Flieger gleichzeitig an, waren sie so gut wie hilflos. Ab März 1943 ging die Anzahl der versenkten Alliierten Schiffe rapide zurück, während sich die Anzahl der zerstörten U-Boote drastisch erhöhte. Allein im Mai wurden 42 versenkt, so viele wie noch nie zuvor. Zufrieden registrierten die Spione der Alliierten, dass die zerstörten U-Boote immer wieder vergeblich von den Deutschen angefunkt wurden. Dönitz verstand die Welt nicht mehr. Er schickte harsche Befehle an seine U-Boot-Kapitäne und bezichtigte sie sogar der Feigheit vor dem Feind. Nach weiteren hohen Verlusten musste er schließlich seine Niederlage eingestehen. Versenkte vorher jedes U-Boot im Durchschnitt 100.000 Tonnen Schiffsladung, so ging jetzt die Zahl auf 10.000 Tonnen zurück. Dönitz sah sich gezwungen, seine U-Boot-Flotte in einer weniger bewachten Region einzusetzen. Das Problem war nur, dass es in diesen Gegenden kaum Transportschiffe zu versenken gab. 1943 hatte Deutschland die dritte Chance zu siegen verspielt. Dönitz hatte den Kampf gegen die Alliierten und ihre Technologie verloren. Ab 1943 wurde der Golf von Vizcaya ständig kontrolliert. Diese aggressive Taktik brachte den Deutschen hohe Verluste ein. Sie änderten ihre Strategie. Die U-Boote schlossen sich zu Gruppen zusammen und verbrachten so viel Zeit wie möglich unter Wasser. Allerdings verkürzten sich dadurch ihre Patrouillenfahrten. Die Kombination von Flugzeugen mit einem großen Aktionsradius und Radargeräten entschied den Kampf um den Atlantik. Deutschland war nicht nur auf die U-Boote angewiesen, um Transportschiffe der Alliierten zu zerstören. Auch die Luftwaffe trug ihren Teil dazu bei. Sie flog Einsätze von Frankreich bis weit in den Atlantik hinaus. Von Deutschland und Norwegen aus konnte ein großes Gebiet kontrolliert werden. Im Mittelmeerraum wurden die Einsätze vom italienischen Festland, von Sizilien, Sardinien, dem griechischen Festland und Kreta geflogen. Die Luftwaffe griff gemeinsam mit den U-Booten die Transportschiffe an, die England, Russland und den nordafrikanischen Kriegsschauplatz versorgten. Die Deutschen erkannten nicht die Möglichkeit, mit relativ geringen Kosten bedeutende Ergebnisse zu erzielen. Im Gegensatz zu den Alliierten stellte die Luftwaffe nur wenige Einheiten für den Kampf im Atlantik zur Verfügung. Die Rivalität zwischen den deutschen Oberbefehlshabern war zu groß. Göring widerstrebte es, Flugzeuge seiner Luftwaffe zur Unterstützung der Marine abzukommandieren. 1939 flogen nur zwei Bombereinheiten Einsätze gegen Transportschiffe. Aus diesem bescheidenen Anfang entwickelte sich das berüchtigte Fliegerkorps 10. Von Norwegen bis Sizilien war kein Konvoi vor ihnen sicher. Oberst Martin Harlinghusen wurde als Oberbefehlshaber der Torpedoeinheit eingesetzt. Im Spanischen Bürgerkrieg hatte er viel Erfahrung gesammelt, was Seeschlachten anbelangt. Dieses Wissen konnte er jetzt einsetzen. Der Oberst ließ sämtliche Konvois angreifen, die auf dem Weg nach Murmansk waren. Die Luftwaffe entwickelte ein tödliches Geschick, was Tiefflugangriffe betraf. Die Heinkel 111 und 115 sowie die Junkers 88 waren nicht nur mit Bomben, sondern auch mit Torpedos ausgestattet. Durch die lokale Luftwaffe der Briten wurden die Einsätze in diesem Gebiet zu riskant und man richtete das Hauptaugenmerk auf den Norden. Als Deutschland im Juni 1941 Russland angriff, reagierte Winston Churchill sofort. Er bot dem Land, das er vorher als Todfeind angesehen hatte, Hilfe an. Zum Leidwesen der britischen Admiralität versprach er, alle zehn Tage einen Schiffskonvoi mit Kriegsausrüstung nach Russland zu schicken. Die Marine verfügte weder über genug Transport noch über genug Begleitschiffe, um dieses Versprechen einlösen zu können. Obwohl England kaum Kriegsmaterial erübrigen konnte, stachen am 21. August 1941 nur 60 Tage nach der Invasion die ersten Schiffe in See. England konnte Churchills Versprechungen nicht hundertprozentig erfüllen. Die Schiffe kamen nicht alle zehn Tage und auch nicht voll beladen in den russischen Häfen an. Trotzdem summierte sich die Anzahl am Ende auf 800 Transportschiffe. Die Route war gefährlich. Sie verlief entlang der westlichen Islandküste, durch die Dänemarkstraße und führte, so weit nördlich, wie es das Eis zuließ, an Norwegen vorbei. Dann fuhren die Schiffe wieder Richtung Süden nach Archangelsk oder Momansk. Die etwa 2500 Kilometer lange Strecke war schon zu Friedenszeiten gefährlich. Jetzt kamen noch die feindlichen U-Boote und Flugzeuge dazu. Fast die gesamte Route zu den russischen Häfen lag im Einsatzbereich der in Norwegen stationierten Luftwaffeneinheiten der Deutschen. Im Sommer half das lang anhaltende Tageslicht den Deutschen, die Schiffe auszumachen und anzugreifen. Die Zahlen sprachen für sich. Im Atlantik wurde etwa ein Prozent der Fracht versenkt, in der Arktik dagegen sieben Prozent. Über 100 Schiffe gingen verloren und fast 3000 Seeleute fanden den Tod. Der größte deutsche Erfolg war die Zerstörung des Konvois PQ-17. Er bestand aus 35 Transportschiffen, einem Tanker und den üblichen Begleitschiffen. Die deutsche Luftwaffe hatte eine effektive Taktik entwickelt. Sowohl die Heinkel 111 als auch die Junkers 88 hatten sich als hervorragende Torpedoflugzeuge erwiesen. Aus Erfahrung wusste man, dass die Formation der Verteidigungsschiffe des Konvois leicht gesprengt werden konnte, wenn man sie aus der Höhe und im Gleitflug bombardierte und mit Torpedos attackierte. Damit verringerte sich das Risiko für die Flieger. Die beste Strategie war, Seite an Seite im Tiefflug anzugreifen und die Torpedos fächerförmig abzuschießen. Diese Vorgehensweise brachte die meisten Treffer. Die Meldung, dass die Tirpitz, das deutsche Superschlachtschiff, zu Wasser gelassen worden war, versetzte die britische Admiralität in Panik. Sie befahl dem Konvoi, sich zu zerstreuen. Das ermöglichte der deutschen Luftwaffe, die einzelnen Schiffe nacheinander anzugreifen. Laut deutschen Berichten wurde der gesamte Konvoi versenkt. Laut englischen Berichten wurden 23 von 34 Schiffen zerstört. England konnte im November 1944 der Bedrohung durch die Tirpitz ein Ende machen. Lancasters griffen das Schlachtschiff an, als es sich in einem Fjord in Norwegen versteckt hielt. Die Flieger ließen einen wahren Bombenregen auf die Tirpitz herab. Zuerst schützten Tarnvorrichtungen das riesige Schiff. Doch schließlich fanden die Bomben ihr Ziel. Die Avro Lancaster hatte bereits beim Flächenbombardement Deutschlands hervorragende Dienste geleistet. Jetzt hatte sie auch ihren Teil dem Kampf um den Atlantik beigetragen. Die zwei motorigen Bristol Bow Fighters und die der Havilland Moskitos waren ebenfalls an den Auseinandersetzungen im Atlantik beteiligt. Die Aufgabe dieser Flugzeugtypen war es, deutsche Transportschiffe in den norwegischen Fjorden anzugreifen. Einige der Bow Fighters, die die Küstenkontrolle einsetzte, waren mit Torpedos ausgerüstet. Die der Havillands hatten den Spitznamen CC-Fliege. Sie verfügten über Molins-Geschütze, vier Browning-Maschinengewehre, Bomben oder Raketen. Alle diese Waffen wurden gegen Deutschlands Schiffe eingesetzt. Die Fliegereinsätze waren nicht nur wegen der deutschen Abwehr, sondern auch wegen der Kälte extrem risikoreich. Diese Filmaufnahmen von Einsätzen in Norwegen sind von einer ungewöhnlichen Qualität. Viele Bilder haben nämlich die niedrigen Temperaturen nicht unbeschadet überstanden. Die Intensität der britischen Angriffe und die Zielgenauigkeit sind deutlich zu sehen. Die Intensität der britischen Angriffe und die Zielgenauigkeit sind deutlich zu sehen. Die Intensität der britischen Angriffe und die Zielgenauigkeit sind deutlich zu sehen. Im November 1942 konzentrierte sich die deutsche Luftwaffe auf die Alliierten, die in Nordafrika eingedrungen waren. Auf Sizilien und Sardinien waren etwa 1000 deutsche und italienische Flugzeuge stationiert. Zur Verstärkung wurden 500 weitere Flieger dorthin abkommandiert. Mehrere Bombeeinheiten wurden deshalb von der russischen Front und von Norwegen abgezogen. Es war eine beeindruckende Demonstration der Beweglichkeit der Luftwaffe. Eine Einheit wurde sogar in weniger als 48 Stunden an den neuen Einsatzort verlegt. Man setzte zwar die Angriffe im Mittelmeer fort, konzentrierte sich aber auf die Häfen der Alliierten. Auch wenn die Luftwaffe einige Erfolge erzielte, so war sie doch auf zu viele Kriegsschauplätze verteilt. Deshalb war sie zahlenmäßig den Alliierten Kampffliegern nicht gewachsen. Außerdem fehlte ihr eine langfristige Strategie. Speziell für die Seeschlacht ausgebildete Soldaten verloren oft ihr Leben bei Routine-Bombardements in England oder Russland. Der Einsatz vom 9. September 1943 bewies, dass auch die Deutschen wirksame neue Waffen entwickelt hatten. Die italienischen Schlachtschiffe Roma und Italia liefen in Spezia aus, um sich den Alliierten zu ergeben. Mehrere Dorniers wurden von Südfrankreich abkommandiert, um sie zu zerstören. Die Dornier, die an der Spitze des Geschwaders flog, hatte ein neues Geschoss an Bord, die Fritz-X-Rakete. Sie war eine sogenannte intelligente Waffe, obwohl es diesen Begriff damals noch nicht gab. Als Grundlage diente ein Geschoss, das Panzerplatten durchschlagen konnte. An der Rakete waren vier Flügel x-förmig angebracht. Außerdem besaß sie eine Funksteuerung. Die Fritz-X wurde aus einer Höhe von etwa sechs Kilometern abgeworfen. Der Bombenschütze lenkte sie mit einem kleinen Joystick. Dank eines Leuchtfeuers am hinteren Raketenende verlor er das Geschoss nicht aus den Augen. Gleich die erste Fritz-X landete direkt im Schornstein der Roma. Es war wahrscheinlich das einzige Mal, dass ein Schlachtschiff mit einem Geschoss versenkt wurde. Die Italia wurde von einem anderen Bomber getroffen und beschädigt. Die Fritz-X war eine überragende technische Leistung, die keiner der Alliierten hätte vollbringen können. Doch während in England die Wissenschaftler Hand in Hand mit dem Militär arbeiteten und jegliche Unterstützung von Churchill erhielten, war die Situation der Wissenschaftler in Deutschland anders. Die Generäle wollten nicht, dass sich Hitler allzu sehr in ihre Belange einmischte. Deshalb sagte man ihm, dass die Roma mit konventionellen Waffen versenkt worden wäre. Das Militär fürchtete, dass Hitler der neuen Wunderwaffe Priorität bei der Herstellung geben würde und die Produktion der Kampfflugzeuge darunter leiden würde. Frühe Erfolge und Überheblichkeit ließen die deutschen Generäle nicht erkennen, wie wichtig der Krieg auf See war. Zeit, Strategie, Geografie und Kräfteverhältnis hätten sich für Deutschland günstig ausgewirkt. Man hielt sich mit den Kämpfen zu Land auf und vertraute darauf, dass die Fliegereinheiten ohne größere Unterstützung mit den Feinden fertig werden würden. Deutschland setzte seine Flugzeuge lieber für Bombardements von zivilen Zielen ein, als auf See. Sie sollten mehr mit den Panzereinheiten kooperieren, als mit der Marine. Hätte ein Befehlshaber darauf bestanden, dass die Luftwaffe die U-Boote unterstützt, hätte der Krieg 1941 zugunsten der Achsenmächte enden können. Doch die Alliierten bewiesen genauso wenig Weitblick. Trotzdem waren sie ihren Problemen gegenüber aufgeschlossener, als die Deutschen ihren Chancen gegenüber. Dank der immensen Leistungen der Alliierten zog die deutsche Luftwaffe im Krieg um die Meere den Kürzeren. Doch im Pazifik erwarteten die Alliierten noch mehr Schwierigkeiten.